Ich habe es wieder einmal vermasselt. Ich hatte versprochen, bei ihrer großen Vernissage dabei zu sein, aber ich habe sie im Stich gelassen. Sie ist eine unglaubliche Künstlerin, und das war ihr Moment, um zu glänzen. Ihre Familie und Freunde waren alle da, nur ich nicht. Ich wusste, dass ich mich da nicht herausreden konnte. Sie bedeutete mir alles, und das Leben ohne sie war unerträglich. Ich vergaß, dass heute sowohl der Valentinstag als auch ihr Geburtstag war. Die Arbeit forderte Überstunden, und ich verpasste unsere Verabredungen. Ich kam an, als ihre Ausstellung gerade schloss, und versuchte verzweifelt, es zu erklären. Schatz, ich wollte hier sein, aber... Sie unterbrach mich und schäumte vor Wut. Fahr zur Hölle, Brady. Halt dich aus meinem Leben raus. Ich brauche dich nicht. Ich hoffe, du verschwindest, schrie sie, bevor sie mit ihren Eltern wegfuhr. Ich saß auf dem Bordstein, hilflos und in Tränen aufgelöst. Diesmal hatte ich es wirklich vermasselt. Audrey war Brady auf einer Party aufgefallen und hatte ihn von Anfang an in ihren Bann gezogen. Er sah, wie sie versuchte, sich den Annäherungsversuchen eines Mannes zu entziehen, ihre Eleganz erinnerte an Audrey Hebeeren. Dief, das Mädchen in der Ecke rechts neben mir, wer ist sie? Sie, fragte Brady seinen Freund. Das ist Audrey, gluckste Dief. Nein, im Ernst, wie heißt sie? Sie heißt Audrey, aber sie steht nicht auf Kerle, die sie anmachen. Brady war das egal, er war fest entschlossen, sie kennenzulernen. Als er sich ihr näherte, blickte sie ihn mit flehenden Augen an. Audrey wollte unbedingt dem Kerl entkommen, der sie mit seinem endlosen Smalltalk in die Enne trieb. Sie suchte den Raum ab und hoffte auf einen Vorwand, um sich zu befreien. In diesem Moment fiel ihr Brady zum ersten Mal ins Auge. Er bewegte sich mit einer gewissen Anmut durch den Raum und glich einer Raubkatze, die sich an ihre Beute heranpirscht. Sie fand ihn bemerkenswert gut aussehend mit seinem rabenschwarzen Haar und den stechenden hellblauen Augen. In der Hoffnung auf Rettung sah sie ihn an. Audrey, ich habe überall nach dir gesucht. Wir müssen die Sache besprechen, über die wir gesprochen haben, warf Brady sanft ein, der an ihrer Seite auftauchte. Dann wandte er sich an den Mann, der sie belästigte, und fuhr fort, entschuldige uns, Kumpel. Wir haben etwas Wichtiges zu erledigen. Brady nahm Audrey am Arm und begleitete sie auf die hintere Terrasse, während der andere Kerl fassungslos zusah, wie sie gingen. Danke, dass Sie mich gerettet haben. Übrigens, kenne ich Sie. Noch nicht. Brady Rhein, antwortete er. Nun, Brady Rhein, nochmals vielen Dank. Ich war kurz davor, meinen Verstand zu verlieren. Freut mich, dass ich einer Jungfrau in Not helfen konnte. Ich sollte jetzt besser gehen, bevor ich die nächste Person bin, die Sie retten müssen. Warte, Brady. Brady, normalerweise kenne ich jeden bei diesen Treffen, aber du bist neu. Woher kommst du? Texas. Ich bin mit meinem Kumpel Diff hier. Du kennst ihn wahrscheinlich. Diff, der Ex-Marine, richtig? Der von den Special Forces? Plötzlich dämmerte ihr die Erkenntnis. Oh mein Gott, du bist Brady. Brady. Sie sind der, von dem er immer spricht, der Typ, der ihnen das Leben gerettet hat. Brady schwelgte nicht gerne in Erinnerungen an seine Militärzeit. Er hatte im Kampf getan, was nötig war, aber er zog es vor, nicht in diesen Erinnerungen zu schwelgen. Ja, aber Diff neigt zu Übertreibungen. Ich würde nicht alles glauben, was er sagt. Ein Held und bescheiden dazu. Brady lenkte das Gespräch ab. Wissen Sie, Sie haben eine verblüffende Ähnlichkeit mit. Ah, Audrey Hepburn, richtig? Naja, eigentlich wollte ich sagen, dass Sie einem Mädchen sehr ähnlich sehen, das ich in der Higgs-Schule kannte. Aber jetzt, wo Sie es erwähnen, kann ich eine subtile Ähnlichkeit mit dem Filmstar erkennen. Audrey warf Brady einen scharfen Blick zu, bemerkte ein Glitzern in seinen Augen und ein leichtes Zucken seiner Mundwinkel. Sie erkannte, dass er sie aufziehen wollte. Sie lachte laut und ihr Lachen, das an silberne Glöckchen erinnerte, jagte Brady einen Schauer über den Rücken. Sie unterhielten sich bis spät in die Nacht. Brady fand heraus, dass Audrey als Künstlerin erfolgreich sein wollte, während Audrey erfuhr, dass Brady neu in der Stadt war und bei einer Sicherheitsfirma arbeitete. Als Audrey auf ihre Uhr schaute, sah sie, dass es plötzlich zwei Uhr morgens war. Brady, es war wundervoll, dich kennenzulernen, und ich habe unser Gespräch wirklich genossen, aber es ist schon spät, und ich sollte jetzt gehen. Brady schaute auf seine Uhr. Wow, ich kann nicht glauben, wie spät es schon ist. Kann ich dich zu deinem Auto begleiten? Klar, wenn du willst. Brady bemerkte Dief, der auf der Couch saß, als sie durch das Haus gingen, und signalierte ihm mit einem Finger, dass er gleich zurückkommen würde. Als sie ihr Auto erreichten, hielt Brady ihr die Tür auf, während sie sich hinter das Lenkrad setzte. Audrey, ich weiß, es ist unser erstes Treffen, aber würden Sie mit mir zu Abend essen? Das ist nett, dass du fragst, aber ich konzentriere mich im Moment wirklich auf meine Karriere. Audrey sah, wie sich die Hoffnung auf Bradys Gesicht in Enttäuschung verwandelte. Okay, sicher. Ich verstehe das Gute Nacht, Audrey, sagte Brady und nickte mit einem Hauch von Traurigkeit. Er schloss sanft die Tür und drehte sich um, um wieder hineinzugehen. Als Audrey ihm beim Weggehen zusah, fasste sie schnell einen Entschluss und kurbelte ihr Fenster herunter. Brady, rief sie. Ich treffe dich am Freitagabend um halb acht im Olive Garden. Bradys Gesicht erhellte sich mit einem breiten Grinsen. Fantastisch. Ich werde da sein. Ihre erste Verabredung markierte einen Wendepunkt für Audrey. Bradys Charisma und sein entspanntes Auftreten sprachen sie so an, wie es kein anderer Mann geschafft hatte. Er hörte ihr aufmerksam zu und konzentrierte sich auf ihre Interessen, anstatt wie die meisten Männer, die sie kannte, mit sich selbst zu prallen. Entgegen ihren eigenen Verabredungsprinzipien stimmte sie zu, ihn am folgenden Wochenende auf den Jahrmarkt zu begleiten. Die Zeit auf dem Jahrmarkt war herrlich. Sie probierten zahlreiche Fahrgeschäfte aus, wobei Audrey sich während der Achterbahnfahrt fest an Bravis Arm klammerte. Brady gewann bei einem der Schießspiele einen großen, ausgestofften Panda für sie. Diese Verabredungen führten zu weiteren Ausflügen, und Audrey konnte nicht leugnen, dass sie sich in ihn verliebt hatte. Brady wiederum wusste nach ihrem zweiten Diet, dass er eine ernsthafte Beziehung mit ihr wollte. Seine Zeit bei den Marins hatte ihn Geduld gelehrt, er kannte das Ziel, wollte es aber nicht überstürzt erreichen. Er setzte Audrey nie unter Druck und ließ es zu, dass sich die Dinge natürlich entwickelten. Sie waren fast fünf Monate zusammen, bevor sie ihren ersten intimen Moment erlebten, eine Nacht, in der sie sich auch offen ihre Liebe erklärten. Bradis erster großer Fehltritt geschah am Valentinstag. Er hatte Audrey nie explizit seinen Beruf erklärt, sondern lediglich gesagt, dass er Sicherheitsberater sei. Seine Agentur führte zwar Sicherheitsbeurteilungen durch und gab Empfehlungen ab, aber sie stellte auch Sicherheitspersonal für hochrangige Kunden, die Schutz für Veranstaltungen benötigten, was oft Reisen erforderte. Audrey machte das nichts aus, denn sie genoss die Zeit, die sie dadurch hatte, um sich auf ihre Kunst zu konzentrieren. Am Valentinstag jedoch war Brady damit beschäftigt, die Sicherheitsteams für ein wichtiges Ereignis vorzubereiten. Erst als er Audrey zum Abendessen abholte und sie ihm eine Karte überreichte, wurde ihm seine Vergesslichkeit bewusst. Brady fühlte sich zutiefst beschämt und Audrey war ein wenig gekränkt. Er versuchte, es wieder gut zu machen, indem er ihr am nächsten Tag ein Dutzend rote Rosen schickte. Etwa einen Monat später spielte sich ein ähnliches Szenario ab, aber diesmal vergaß Brady, Audrey ein Geschenk zu ihrem Geburtstag zu machen. Um das zu kompensieren, schickte er ihr zwei Dutzend Rosen und kaufte ein schönes Tennisarmband. Im vorangegangenen Monat hatte er sie ständig zu spät von ihren Verabredungen abgeholt. Die Verspätung an sich war zwar nicht das Hauptproblem, aber die Tatsache, dass er sich nicht die Mühe gemacht hatte, sie anzurufen und sie über seine Verspätungen zu informieren, machte Audrey nicht nur verletzt, sondern auch ein wenig wütend. Audrey stand kurz vor einem Durchbruch, auf den sie schon lange gewartet hatte, eine Ausstellung ihrer Bilder in der renommiertesten Galerie der Stadt. Ihre Aufregung war fast unbeschreiblich. Sie betonte gegenüber Brady, wie wichtig dieses Ereignis für sie sei, und er versicherte ihr, dass er dabei sein würde. Am Abend der Vernissage war Brady auf dem Weg nach Hause, um sich umzuziehen, bevor er Audrey in der Galerie traf. Es war nicht nur ihr großer Tag, sondern auch die Gelegenheit, ihre Eltern zum ersten Mal zu treffen, sie waren eingeflogen, um den Erfolg ihrer Tochter zu feiern. Gerade als er in seine Einfahrt fahren wollte, klingelte sein Telefon. Als er auf die Nummer schaute, erkannte er, dass es sich um den Leiter des Sicherheitsdienstes seiner Agentur handelte, der für eine Party in der Villa eines Millionärs zuständig war. Brady am Apparat, antwortete er. Boss, alles ist schiefgelaufen. Wir sind eingedrungen, und in einem Flügel des Hauses halten bewaffnete Männer Geiseln fest. Verdammt nochmal. In Ordnung, ich bin auf dem Weg. Sichern Sie alle Ausgänge und halten Sie die Position, bis das SWAT-Team eintrifft. Frustration und Sorge stiegen in Brady auf. Der Ruf seiner gesamten Behörde stand auf dem Spiel, und er konnte sich nicht erklären, wie es den bewaffneten Eindringlingen gelungen war, seine gut ausgebildeten Ex-Spezialkräfte zu überlisten. Minuten vor dem Eintreffen des SWAT-Teams traf Brady am Tatort ein. Als er sich gerade über den Einbruch informierte, kam der zuständige Polizeichef auf ihn zu und wollte eine Erklärung für die Situation. Mein zuständiger Kollege informierte uns und erklärte, dass die Keterin-Crew unterwegs überholt und durch die Personen ersetzt worden war, die sich derzeit in einem Flügel des Hauses verschanzt hatten. Die meisten Gäste waren sicher über die Grundstücksmohren hinaus evakuiert worden. Einige Personen blieben jedoch unaufindbar, darunter die Hausbesitzer, die vermutlich als Geiseln gehalten werden. Es waren keine Forderungen gestellt worden, sodass ihre Motive unbekannt blieben. Er teilte die Positionen unserer Agenten mit, woraufhin der Polizeihauptmann sein Team organisierte und wir uns zurückzogen, um den Tatort zu räumen. Inmitten des Chaos vermutete Brady, dass die Angreifer einen Fluchtversuch unternehmen könnten, wahrscheinlich nicht durch das vordere Tor, aber möglicherweise durch die Rückseite. Er rüstete sich mit einer kugelsicheren Weste aus und zog seine Jacke an, auf der in großen Buchstaben, Agent, stand, in der Hoffnung, eine Verwechslung durch das SWAT-Team zu vermeiden. Er überprüfte seine 9 mm und steckte sie in sein Schulterholster, dann umrundete er das Gelände auf der Rückseite des Hauses, weit entfernt von der Geiselstelle. Plötzlicher Aufruhr brach im Haus aus, es kam zu einem Schusswechsel mit dem SWAT-Team und Rauchstieg aus dem Zentrum des Hauses auf. Brady hielt sich bereit und beobachtete, wie die Mitglieder des SWAT-Teams auf die Schüsse zustürmten. Wie erwartet, kamen zwei Männer aus den Seitentüren und rannten in seine Richtung. Einer umklammerte ein junges Mädchen, um ihre Schreie zu unterdrücken, während der andere ein Sturmgewehr in der Hand hielt. Brady machte seine Waffe bereit und wartete, bis sie an ihm vorbei waren. Er erhob sich aus dem Gebüsch und forderte sie auf, stehen zu bleiben. Der bewaffnete Mann zielte mit seiner Waffe, woraufhin Brady einen einzigen Schuss abgab, der ihn aus nächster Nähe direkt in die Stirn traf. Schnell wandte er seine Aufmerksamkeit dem Mann zu, der das kleine Mädchen hielt. Setzen Sie sie vorsichtig ab, heben Sie die Hände, und Sie werden das hier lebend überstehen. Der Täter warf einen Blick auf Brady, der seine Waffe direkt auf ihn richtete, und dann auf seinen gefallenen Komplizen. Also gut, ganz vorsichtig mit der Waffe, Kumpel. Der Täter ließ das kleine Mädchen vorsichtig auf den Boden sinken und drehte sich langsam rum. Komm hier, meine Süße. Du bist jetzt in Sicherheit. Lass uns deinen Papa suchen. Das Kind rannte zu Brady und klammerte sich fest an sein Bein. Du, leg dich jetzt langsam hin und nimm die Hände auf den Rücken. Brady behielt seine Waffe auf den Verdächtigen gerichtet. Bleib genau hier, Schatz. Mit einem Satz Handschellen mit Reißverschluss, die er aus seiner Tasche holte, fesselte Brady die Hände des Angreifers. Dann führte er ihn auf die Beine und schob ihn in Richtung Haus. Er bückte sich, hob das kleine Mädchen hoch, und sie schlang ihre Arme um seinen Hals. Sie bewegten sich vorsichtig um die Ecke und erregten die Aufmerksamkeit eines Mitglieds des SWAT-Teams, das ihnen befahl, stehen zu bleiben. Brady ließ seine Pistole auf den Boden fallen und hob eine Hand zur Kapitulation, das kleine Mädchen hielt er immer noch im anderen Arm. Der zum Tatort gerufene Käpt'n erkannte Brady und kam auf ihn zu. Brady schilderte die Situation und wies sie auf den Aufenthaltsort des verstorbenen Angreifers hin. Der festgenommene Verdächtige wurde schnell abgeführt. Als der Hauptmann versuchte, das kleine Mädchen mitzunehmen, wehrte es sich und klammerte sich an Bradys Hals. Der Beamte schüttelte den Kopf und führte Brady nach vorne, wo das SWAT-Team den Einsatz beendete. Sie hatten zwei Personen festgenommen und einen der potenziellen Entführer unschädlich gemacht. Glücklicherweise hatte keiner der Gäste Verletzungen erlitten. Es stellte sich heraus, dass es sich bei dem jungen Mädchen um die Tochter des wohlhabenden Hausbesitzers handelte, der die Veranstaltung ausgerichtet hatte. Die verzweifelten Eltern erkündigten sich nach dem Verbleib ihrer Tochter und eilten zu der Stelle, an der Brady wartete. Erst als die Mutter die Hand ausstreckte, ließ das Kind seinen Griff um Bradys Hals los und erlaubte seiner Mutter, es zu umarmen. Der SWAT-Führer informierte den Vater über die Rettung seiner Tochter. Dankbar schüttelte der Vater Brady kräftig die Hand und drückte ihm seinen herzlichen Dank aus. Erst dann dachte Brady an Audrey und die Ausstellung in der Galerie. Er versuchte, sie anzurufen, aber es ging nur die Mailbox ran, wahrscheinlich hatte sie ihr Telefon nicht mit hineingenommen. Es war schon spät, als Brady gehen dürfte. Er musste Aussagen machen und wurde angewiesen, sich am nächsten Tag im Polizeipräsidium zu melden. Brady eilte in die Galerie, sobald er sich losreißen konnte. Als er Audrey auf dem Weg zu ihrem wartenden Auto entdeckte, trat er auf die Bremse, sprang heraus und sprintete auf sie zu. Audrey sprudelte vor Aufregung, es war ihr bedeutender Abend. Als sie mit ihren Eltern in der Galerie ankam, füllte sich der Raum mit Besuchern und engen Freunden, die sie eingeladen hatte. Doch inmitten des Trubels und der Menge nagte die Abwesenheit der einen Person, mit der sie diesen Moment unbedingt teilen wollte, an ihr. Während der gesamten Veranstaltung warf sie immer wieder einen Blick zur Tür, in der Hoffnung, einen Blick auf Brady zu erhaschen. Als die Veranstaltung zu Ende ging, spürte Audrey, wie sich ihre Enttäuschung zu echter Wut ausweitete. Sie schwor sich, dass dies das letzte Mal war, dass er sie versetzen würde. Während sie ihren Vater bat, das Auto zu holen, blieb Audrey noch, um die Sache mit dem Galeristen zu klären. Auf dem Weg zu ihrem Auto liefen ihr die Tränen über das Gesicht. Sie war kurz davor, die Tür zu erreichen, als das Quietschen der Reifen ihre Aufmerksamkeit erregte. Als sie sich umdrehte, sah sie, wie Brady heraussprang und auf sie zustürzte. Beb, es tut mir leid. Ich wollte hier sein, aber, versuchte er zu erklären. Fahr zur Hölle, Brady. Verschwinde aus meinem Leben. Ich brauche dich nicht. Ich hoffe, du verschwindest, schrie sie, sprang ins Auto und wies ihren Vater an, wegzufahren. Audrey schluchzte in ihre Hände und blickte nicht zurück, als Brady Tränen überströmt auf dem Bordstein zusammenbrach. Brady machte sich schließlich auf den Weg zurück zu seinem Auto und fuhr nach Hause, denn er wusste, dass es sinnlos war, sie in dieser Nacht anzurufen. Sie war eindeutig nicht in der Stimmung, mit ihm zu sprechen. Er wälzte sich in einer unruhigen Nacht hin und her. Am nächsten Morgen machte er sich auf den Weg zum Polizeipräsidium, um weitere Fragen zu geantworten und seine Aussage zu machen. Um die Mittagszeit fuhr er zu Audreys Wohnung, fand aber ihr Auto nicht vor und klopfte nicht an. Er wusste nicht, dass sie auf dem Weg war, um ihre Eltern zum Flughafen zu bringen. Er entdeckte einen Blumenladen in der Nähe und kaufte ein Dutzend rote Rosen und eine Blankokarte. Als er zu ihr nach Hause zurückkehrte, wartete er eine weitere Stunde, doch Audrey war nicht zurückgekehrt. Er nahm einen Stift zur Hand und schrieb auf die Karte. Mein Liebster! Es tut mir aufrichtig leid. Bitte, ich fliehe dich an, ruf mich an, lass es mich erklären. Ich liebe dich unendlich. Bitte, mein Liebster, ruf mich an. Brady war nur wenige Minuten, bevor Audrey nach Hause kam, abgereist. Sie stolperte über die Blumen und die Karte, als sie eintrat, und überflog hastig seine geschriebenen Worte, bevor sie die Karte zerriss und sowohl die Karte als auch die Blumen in den Papierkorb warf. Sie eilte in ihr Zimmer, ließ sich auf ihr Bett fallen, vergrub ihr Gesicht im Kissen und weinte sich in den Schlaf. Um fünf Uhr abends hatte Audrey sich immer noch nicht gemeldet. Brady beschloss, zu ihr nach Hause zu fahren, als er ihr Auto vor dem Haus stehen sah, aber keine Blumen und keine Karte fand. Beunruhigt klopfte er an die Tür und rief nach ihr. Nach mehrmaligem festen Klopfen lugte Audrey durch die Vorhänge. Beep, bitte, lass es mich erklären. Geh weg, oder ich rufe die Polizei, drohte sie, bevor sie die Vorhänge schloss. Audrey, bitte, ich muss mit dir reden. Brady blieb hartnäckig, klopfte und flehte, bis 15 Minuten später ein Polizeiauto eintraf. Sie forderten Brady auf, auszusteigen und erklärten ihm, dass Audrey Anzeige erstattet hatte. Obwohl sie Verständnis zeigten, rieten sie ihm, zu gehen, da er sonst verhaftet würde. Widerwillig verließ Brady die Wohnung und versuchte noch den Rest des Abends, Audrey anzurufen, doch ohne Erfolg. Die folgenden Tage verliefen für Brady nach einem ähnlichen Muster. Er legte ihr Blumen und eine Karte vor die Tür und versuchte dann immer wieder, sie telefonisch zu erreichen. Ihr anhaltendes Schweigen machte ihn sehr betroffen und stürzte ihn in eine tiefe Depression. Seine Mitarbeiter bemerkten seinen Kampf und äußerten ihre Sorge um ihren Chef. Brady hatte jedoch das Gefühl, dass er sich nur noch abmühte, ohne Audrey schien nichts mehr von Bedeutung zu sein. In der Zwischenzeit zog sich Audrey in ihrer Wohnung zurück und war drei Tage lang nach dem Ereignis in der Galerie in Trauer versunken. Sie ignorierte den Fernseher und die Zeitungen und war nur mit ihren Tränen beschäftigt. Jeden Tag klopfte Brady hartnäckig bei ihr an und schenkte ihr Blumen und Karten, die sie zerriss und wegwarf. Seine zahlreichen Anrufe blieben unbeantwortet, da sie jeden Versuch der Kommunikation vermied. Am vierten Tag nahm Audrey schließlich einen Anruf ihrer Freundin Marsha entgegen und stimmte einem Treffen zum Mittagessen zu, nachdem sie so lange ans Haus gefesselt war. Marsha erkundigte sich unschuldig nach Brady, ohne von den jüngsten Ereignissen im Leben ihrer Freundin zu wissen. Ich habe keine Ahnung. Nachdem er mich in der Galerie versetzt hatte, schickte ich ihn zum Teufel. Er vergisst immer etwas, meinen Geburtstag, den Valentinstag, unsere Pfarrerbreddungen. Ich habe es einfach satt, rief Audrey aus. Aber weißt du denn nicht, warum er nicht da war? Mädchen, es steht doch überall in den Nachrichten, antwortete Marsha, sichtlich überrascht über Audreys Unwissenheit. Was für Nachrichten? Fragte Audrey. Anscheinend wurde die Tochter eines Millionärs entführt, und Brady hat sie gerettet. Er hat einen der Entführer ausgeschaltet und einen anderen gefangen genommen. Das wusste ich nicht, sagte Audrey und ihr Gesichtsausdruck veränderte sich. Das haben sie auch im Fernsehen gesagt. Bradys Firma kümmert sich um die Sicherheit bei hochkaratigen Veranstaltungen. Die Typen, mit denen er arbeitet? Das sind alles Ex-Spezialeinheiten. Sie beschützen viele reiche Leute. Eine Frau in der Nähe, die zugehört hatte, trat an Audreys Tisch heran. Entschuldigen Sie, dass ich Sie belauscht habe, aber ich muss Ihnen meine Geschichte erzählen. Mein Mann war ähnlich wie ihr Brady, er war vergesslich, wenn es um wichtige Termine ging. Aber er wurde im Irak getötet. Ich würde alles geben, um ihn zurückzubekommen, selbst wenn er dann meinen Geburtstag für immer vergessen würde. Wenn du ihn liebst, vergib ihm. Tränen liefen Audrey über das Gesicht, als die Frau ging. Entschlossen stand sie abrupt auf. Ich muss gehen. Ich muss Brady finden und ihm sagen, dass es mir leid tut. Audrey eilte zu Bradys Haus und fand es bei ihrer Ankunft leer vor. Da sie wusste, dass es ein Arbeitstag war, machte sie sich auf den Weg zu seinem Arbeitsplatz. Als sie Brady beim Überqueren des Parkplatzes erblickte, wurde sie Zeuge einer erschreckenden Szene, als ein Mann aus einer Gasse kam und seine Hand in Richtung Brady hob. Ein lautes Geräusch ertönte und Audrey sah entsetzt, wie Brady sich an die Brust griff. Die Szene spielte sich vor Audrys Augen in Zeitlupe ab und sie sah, wie ihr geliebter Brady zu Boden fiel. Brady überschlug sich, es gab einen lauten Knall und Audrey sah, wie ihr Angreifer fiel und ihm die Waffe aus der Hand glitt. Sie packte den Wagen, sprang heraus und eilte zu Brady hinüber. Er kam mühsam auf die Beine und sie schlang ihre Arme um ihn. Verlass mich nicht, Brady rein. Ich werde dir nie verzeihen, schluchzte sie hysterisch. Audrey? Brady drehte sich, um sie zu sehen. Halt durch, Liebling. Ich rufe einen Krankenwagen, rief sie. Sirenen heulten auf und Polizeiautos überfluteten den Parkplatz. Brady versuchte, aufzustehen, aber Audrey hielt ihn fest. Ein Polizist eilte herbei. Geht es Ihnen gut? Fragte der Polizist Brady. Besser als diesem Kerl. Ich schätze, das ist der Typ, hinter dem Sie hier waren, antwortete Brady. Hat es Sie erwischt? Ja, ich habe eine Indie-Beste bekommen. Es tut höllisch weh, aber ich komme schon klar. Audrey warf einen Blick auf Brady und bemerkte das Einschussloch in seinem Hemd. Verzweifelt riss sie sein Hemd auf und entdeckte die kugelsichere Weste. Du wirst doch nicht sterben, fliehte sie. Eines Tages, aber nicht heute, gluckste Brady schwach und zog eine Grimasse, als er aufstand. Als er seine Weste auszog, kam ein Bluterguss zum Vorschein, der von dem Aufprall herrührte. Obwohl die Weste die Kugel aufgehalten hatte, hatte sie ihn hart getroffen. Überwältigt fiel Audrey fast in Ohnmacht, aufgefangen von Bradys schnellen Reflexen. Er trug sie in sein Büro, gefolgt von dem Beamten, während andere Polizisten sich um den Tatort kümmerten. Als Audrey wieder zu sich kam, klammerte sie sich an Brady und weigerte sich, ihn loszulassen. Er setzte sich auf einen Stuhl und hielt sie fest, während sie weinte. Schließlich beruhigte er sie und erklärte, dass der Angreifer der Bruder des Mannes war, vor dem er die Tochter des Millionärs gerettet hatte. Die Polizei befürchtete Vergeltungsmaßnahmen, hatte aber seine Spur verloren. Es dauerte weitere 20 Minuten, bis Brady und der Beamte sie davon überzeugen konnten, dass der Vorfall vorbei war. Audrey weigerte sich an diesem Abend beharrlich, von Bradys Seite zu weichen. Er nahm sie mit zu sich nach Hause und in sein Bett. Baby, es tut mir so leid, dass ich deinen Auftritt verpasst habe, bedauerte Brady. Audrey brachte ihn sanft zum Schweigen und legte ihren Finger auf seine Lippen. Nein, Darling, ich bin derjenige, der sich entschuldigen sollte. Ich werde nie wieder so reagieren. Dich in Sicherheit zu haben, ist das Einzige, was zählt. Ich liebe dich so sehr. Liebst du mich genug, um mich zu heiraten, fragte Brady. Audrey brach in freudige Erregung aus. Ja, ja, ja. Tausendmal ja, rief sie aus. Und du versprichst, nie wieder böse auf mich zu sein, stichelte Brady. Audrey gluckste. Nun, ich werde mein Bestes tun. Aber wenn ich dir beibringen kann, den Toilettensitz nicht oben zu lassen und deine schmutzigen Socken vom Boden aufzuheben, könnte das vielleicht helfen. Brady lachte herzhaft und zog sie an sich. Ich liebe dich, zukünftige Mrs. Rhein. Und ich liebe sie auch, Mr. Rhein. Und ich liebe sie auch, Mr. Rhein.